... Auf einer Runde müssen zwei Tage so hammern, ne, dass man so ne mega Runde und dann, alter, immer denk, immer irgendeine Scheiße. So wie jetzt bei Kopfwehrmanns. Okay, da fährt er schon fast sein Auto in die Wand. Wenn er denkt, er hat ja Paketen an den Speed. Amen. Ja, ja, ist doch jetzt nützlich gestern. und die positional statt aufstehen und stadt umgestellt wieso wird der umgestellt und stichst du da hier voll reingefahren so bin ich dir reingefahren ist das auto kaputt Ich bin voll mit deinem Reifen in meinen Reifen seitlich reingefahren, bei deinem komischen Harikari-Aufwärmringer. Ich hab' ich keinen Wissen gekocht, ich hab' keinen Schlerade gekocht. Ich hab' keinen Wissen gekocht, ich hab' keinen Schlerade gekocht, Alter, fährt er da zwölf und macht da Harikari-Aufwärmringer. Ja, oh, drei Wochen, Kollege. Ja, aber kannst du nicht dabei Gas gewinnen? Bist du doof oder was? Ich hab' keinen Schlerade Ich hab' keinen Schlerade Da sind schon Stöglich Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020